Erstmal so ein schönes Schienensystem auf. Damit wir schneller von 1er B auf unserem Planet rumreisen können. Ja, aber nur von einer Seite. Mit dem wir eh nicht so viel machen wollen. Doch. Wir werden eher viel mehr Zeit mit Reisen verbringen. Ja, aber manchmal ist es schön, auch wenn so ein tolles Zuhause zu haben, weißt du? Ja, schon auch wieder. Ein Wand braucht ein tolles Zuhause. So. Wer noch? Wer noch? Jetzt kann ich mich doch eigentlich an das Wasser stellen und das einfach abbauen, oder? Ja, geil. Ja. Also ans Gift meinst du, oder was? Oh, oh. Bist du jetzt bei so einem Giftplanet? Der vergiftet. Du sollst dich nicht eben zu einem Giftwasser stellen. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Nein. Ich glaube, da war so eine Mini-Pfütze, wo ich reingetreten bin. Ja, ja. Den hatte ich auch manchmal. Das ist nicht sehr schön, so eine Mini-Pfütze. Ich glaube, ich habe mich gerade eben die ganze Zeit verbrannt, weil ich mich verbrannt habe. Weil ich mir so eine Mini-Pfütze Lava, die ich nicht abbauen konnte. Ich baue einfach mal was ab. Wie viel Wasser kann ich davon eigentlich mitnehmen, muss ich sonst mal vor China? unendlich das geht weg aber du kannst ein eventarplatz tausend gift okay ja ach das ist der regen giftregen ja der schadet mir wo hat das jetzt ganz viel essen gebrochen egal tausend und so weiter verpacke ich sie im lager dazu wir brauchen echt so eine kiste für flüssigkeiten ja genau die flüssigkeit schul haben wir nicht noch eine kiste kiste für kisten hatten wir doch irgendwo naja da ist ja noch alles frei eine kiste für kisten ich komme jetzt wieder hoch ich habe genügend gesammelt ich will jetzt auch mal so einen komischen korder haben so das ist erledigt kiste 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 ich habe einen raistop getraftet mal gucken was man damit machen kann kiste 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 re Das Ding soll da oben bleiben, das soll nicht fahren. Nein, das fährt weg. Sie sehen mich rollen, Hayden. Hey, warum fährt das Teil? Er sollte doch stehen bleiben. Weil das vielleicht so eine spezielle Route folgt. Da brauchen wir vielleicht. Nein, falsche Richtung. So, und jetzt? Super. Super. Funktioniert nicht? Nope, irgendwie nicht. Wieder falsch gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man das Ding verwendet. Hauptsache, man hat es mal gebaut. Warte mal, das muss doch unten drunter, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe so ein Kryonisches Extrakt bekommen, das wir für Kühlschränke und so brauchen. So, jetzt sind wir wieder. Oh, ich höre schon die Außenwelt. Ich höre die Oberfläche. Man, ist das denn scheiße. Wir müssen dringend Stationen einbauen, wo du hoch kannst, um auf die Gleise zu springen. Ja, ich beauftrage dich dafür. Für das Bauprojekt. Das mit den komischen Signaldingern funktioniert ein Scheißdreck. Oh, was bist du denn für ein hässlicher Franz? Ich glaube, du willst sterben, ne? Du bist ja sterben, ne? Oh, der ist tot. Ähm, was ist das? Okay, ich probier's mal damit. Ja, ich probier's mal wieder. Ich probier's mal wieder. Komm nach Hause. Ich bin verkrampft. Ich werde zurückpacken, den ich hier lieber brauche. Das wieder an die Kiste. Das wieder an seinen rechtmäßigen Platz. So. Und ich meinte natürlich den, 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 den Ofen. Ich habe mich gerade nicht versprochen. Ich meinte natürlich nicht den. Ja, ja, ja. Ja, ich räume ein Fehler meinerseits. Okay. Ja, ich räume ein Fehler meinerseits ein. Es tut mir leid. Das funktioniert ein Scheißdreck. Ich will wissen, wie das jetzt funktioniert. Ich google das jetzt. Das ist echt nicht so nett. Das dreht mir jetzt so auf. Du bist aber grad mit den Aufnahmen? Ja, ich weiß, ich google vom Handy aus. Ähm. Ähm. Äh. Äh. Starbound. Jetzt die Dinger nochmal. Rail. 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 Okay. Wir wollen Omni sehen. Omni, Omni, Omni. Halalala. Star. Starbound. Spiel! Oh, cần. Oh, neilsaa. Oh man, Roman. Oh ja. Ist ja nun musikst du. notebook. Wie heißt der Song? Joy to the world, Rock. Sollen wir es wieder die Band nennen? Warte mal. Ja, so wie immer. Joy, Wurzer, Wurzer, Wurzer. Hä, wir spielen nicht zusammen. Das sind unterschiedliche Songs, oder? Joy to the world, Rock. Das sind unterschiedliche Songs, oder? Wir spielen zusammen. Jetzt stört mich gerade die Hintergrundmusik ein bisschen. Dann musst du sie ausmachen! Ja, das ist doch schön. Ja, 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 ja. Ich fang jedes Mal von vorne an, wenn ich diesen Song spiele. Haben wir The Band gleich geschrieben? Auseinander, C und B groß. Ja. Weißt du, wie man die Band schreibt? Ja. T-H-E. Ja, schon klar. B-A-N-D. Ja. Das B groß ist. Ja, aber sobald ich diesen Song spiele, spiele ich anders im Takt. Ich fang direkt von vorne an. Ich fang direkt von vorne an. Ja, ich fang direkt an. Ja. Was hast du denn Teleporterkernen? Schmeiß ich mal hier oben rein? Wie ihr haben wir die Kilo? Wenn ihr es sich verstanden habt mit diesen Rail Stops. Die funktionieren, wenn man mehrere davon hat. Und ähm, mehrere von diesen Rail Dingern dann fahren. Wenn da nämlich ein stehen bleibt, wird das nicht so weit weggekommen? davor weiter und das kommt dann irgendwann mal an einem Punkt am Brust stehen bleibt, dann fährt das andere weiter. Irgendwie so. Du Scheiße. Wer hat das gesagt? Okay. Ganz klar. Fick dich. Fick dich Hertha. Immer einmal mehr als du. Alter, hast du jetzt gerade das Spiel durchbrochen? Ja. Alter, fuck, wo war nochmal diese Eisenbahnenkiste? Warte denn, wo warte denn? Ähm, ähm. Achja, ich wollte ja noch was testen. Und zwar... ...habe ich hier... ...noch diesen Ball. Ne? Oh. Ja. Wenn ich Linksklick mache, kann ich aber nur das machen. Mehr geht nicht. Ist ja schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich dieses Vieh wieder benehmen soll. Gib mir das Glas. Ähm. Cool. Ja. Ja. Das geht nicht, ne? Das geht nicht, ne? demons. Was h Dann mal weg? Warte. Doppal. 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 für Geld bezahlen der Verfolgung und der Verfolgungswerke was war drin 3 die wieder die Kiste zu gelegt welche Kiste die dritte das erst mal kommt sie da nicht rein da ist Elektro doch doch die kommt da rein ich meine richtig meine Batterien nicht AA-Batterien wenn ich AA-Batterien haben will dann sag ich das dass ich AA-Batterien das sind Standard-Batterien nein Batterien nicht AA-Batterien jetzt findest du das mein Gift nein erst mal hab ich viel mehr Gift als du Entschuldigung tut mir leid klär die Fakten so viel brauche ich für die PET-Station PET-Station ähm eine Batterien okay eine Batterien kommt sofort 5 Batterien ähm 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 so viel so viel so viel so PET-Station wird hergestellt soo wo hab ich denn hier die PET-Station sind denn sind denn da Silber Kupfer Titanium ähm das ist ähm 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020